Temi-Mante-Tendenz zur Reizialisierung der Rotationsperiode. Nein, nein, nein. Verwirrung macht sich breit. Hier habe ich einen Dschungel gefreut. Habe ich auch schon, wahrscheinlich bist du zu mir gekommen. Ich bin jetzt, warte. Minus 912, 1030. Oh, Faltricht druck. Also ich bin jetzt bei minus 100 und es geht runter. Und bei Z bin ich bei 380 und es geht auch runter. Ich bin nämlich auch erst direkt in die falsche Richtung und da habe ich die Häuser gefunden. Ich bin zu Hause. Also, ich glaube, ich meine, ich muss mir echt die Mini-Bellen installieren. Vielleicht auch dann die Arbeiter, ja. Ja, das macht uns Arbeit. Wenn jetzt erst mal den Forge gibt, richtig. Vor allem Forge kompatibel mit Opti-Fine. Ja, ich glaube nur, ne? Und ich bin nicht... Da 4Key, da 4Key, da 4Key, du bist ja voll... Keras in den 60er. Soll ich jetzt applaudieren? also wo bist du jetzt bei x 37 bei 249 erst machen jetzt z runter schall werden werden von dicht stehenden forstbeständen identisch reflektiert kann mir vorstellen was es heißt es ist auch eigentlich sehr leichter forstbestände ich weiß nicht ob es so war irgendwie er kommt aus dem wald genau ist es wie man in den wald ja genau genau das meinte ich so ich renne mal ach der sound ist geil plane sieb getrocknete produkte stehen ausnahmslos keinerlei aktionsanforderungen an ihre umwelt was papier ist geduldig oh gott popular populanten von domizilen mit transparenter fragiler artifizieller silikat basierter außenstruktur sollten sich von der umfunktionierung in relation der formations es ist geogener materie zu wurf projekte distanziert das bedeutet wer im glas das ist sollte ich mich steigen gefunden apropos repetition konsekutiver transporte zu einer artifiziellen konstruierten subterranen nachtzelle impliziert das potenzial zur destabilisierung der physischen struktur des optimierten jeden gefäßes der krug geht so lange zum brunnen bis er bricht so also wo bist du machst du noch kandidaten jetzt bin ich bei 14 x und z 235 in die richtige richtung obwohl ich noch bei 400 und das bx bin bei 200 noch was aber ich sehe den berg ich weiß wo ich bin wo am anfang kann man es echt falsch verstehen ja warte 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 eben leise machen jetzt oral durchgeführte visuelle inspektion einer eines unter verzicht auf rückfluss des adäquaten wert ist der anfang vor allem die oral durchgeführte die oral eingeführte ok was sehr schön ist nur ob sie jetzt den der groberen näherung 365 teil sequenz der ich lieblich dritten planeten im system soll besitzt unter der voraussetzung optimaler umgebungsbedingungen sowieso eine rezeption die system wie man tendenz zur rotationsperiode ist welches wüsste gut dass nach glaubt schon da schaffst du kommen lauf hin kommst du mit du hast die falsche nicht eigentlich kommen war ich links anscheinend bist du das weiß ich bin noch bei dem großen berg gewesen ach so ausgaben was ich gerade gesagt hab äh war warte komm einfach mit äh wenn silvester hell und klar ist am anderen tag neujahr auch eine waffe kommt ich muss die waffe ich gebe gleich eine waffe in die hand lauf einfach mit komm 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 bist du weg beim Dorf vorbei. Unserm. Unserm? Wir haben einen Prof. Ja komm. Es war direkt neben dir als ich bei dir war. Die halten sich da, aber ich habe nicht gestorben. Glaubst du oder weißt du? Wird schneller sein, als du dann schon die Sachen wechseln. 5 Minuten. Wo sind die Sachen da? Ja, ich weiß, ich werde die Sachen wechseln. Und die weg. Jetzt wüsst du wo genau. Ich weiß nicht wo. Hä? Super. Das ist ungefähr die Koordinaten. Ostdeutscherslam. Ich bin hoch, genau, bin der hoch und dann runtergefallen. Warum gehst du hoch und runterfällst? Weil ich nur hier lang komme. Darum. 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 Eine Julia, warte, ich müsste zeigen, warte. Du musst sogar nix sagen. Wieche. Ich weiß nun. Ich weiß nun. Ich nicht besser. Entweder hier, da. 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 Wo bist du? Irgendwo hier muss es sein. Hä? So. Sein wäre der Puff. Ich will nur einmal hoch von oben gucken. Noch mal runter fallen. Hier, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Was? Ich hab' ich doch grad schon. Gut. Einfach zurückkommen. Ganz schnell. Warum schnell? Alles Gewitter. Ja und? Es frisst uns auf. Du Fass. Weil du hast den Weg noch kennen. Weil du hast den Weg noch kennen. Ach komm, geh doch weg. Alter, wie die einen zurückspringen. Ach. Deswegen hab' ich einfach noch so gemacht. Weil wir im Wasser Überschaden gegeben hatten. Und mir wird weg. Hinter dir ist einer. Ach, sie wird doch nicht. Oh komm, wir gehen ernst einfach schlafen da schnell, dann ist der Regen weg. Nervt nicht mehr. Alter, dieses Gelette, ne? Was? Alter, der hat ne volle Rüstung. Skelett. Volle Leder Rüstung. Nicht was? Der macht dich platt. Schade. Alter, wir haben uns getroffen. Aber wir haben uns getroffen. Wir haben uns getroffen. Doch XP. Der ist gleich zwei Minuten, zieh ich mich an. Der seid ihr so drüber. Wo? Ich, Alter. Zisch. Ich wusste es. Wollte ich eigentlich nur überholen. Da ist ein Creeper. Ja. Nein, ich bin zuerst beim Bett. Ich bin bei mir erst beim Bett. Nein, er rennt nicht. Und ich lieg im Bett. Ist schon lange. Boah. Ich würde sagen, wir können die auch immer langsamer werden. Irgendwie. Oder? Ja. Wo? Komm auf meiner Farm. Andere Farm. Ja. Ja. Einer. Unschönen, unverdienten Farben Safe, complete Bis zur Nächsten Aufnahme von Dem Let's Play Das so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel Und Jetzt kommt dein Einsatz Was denn, dann tschüss 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 Hör einfach auf, Junge Hör einfach auf Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.